Servus! Ja, bevor wir zum Test der Bukka für Fundetilgang, gibt es noch ein paar Anmerkungen meinerseits. Sorry, muss leider sein, nicht nur für mein eigenes gutes Gewissen, allerdings ist es auch gerade vielleicht für die neuen Zuschauer hier ganz praktisch, gibt es folgendes zu sagen. Erstens, es gibt hier bei mir eben typischerweise nur Gelaber, das heißt keine Zooms, keine Pants oder sonstiges sehr schönes an Präsentationen. Deal with it or faux. Zweitens, auch aus Prinzip, und da will ich jetzt nicht genau näher drauf eingehen, gibt es keine Sounddemos. Bevor ich sie falsch mache, mache ich sie lieber gar nicht. Auch wenn manche eben genervt sind, dass ich eben nur labere und nichts hören lasse. Ist halt einfach so. Drittens, da ich eben ja schulterverletzungstechnisch bedingt eben seit knapp einem halben Jahr keinen Lautsprecher-Test mehr gemacht habe, und auch die hier schon knapp ein halbes Jahr hier habe, hat sich bei mir eben allerdings auch schon in längerer Zeit so eine kleine mentale Blockade aufgebaut. Und ich habe eben immer das Verlangen, euch bestmöglich beraten zu können, euch alle Details zu bieten. Wobei mir eben hier gerade auch im Langzeit-Test aufgefallen ist, dass viele Dinge auf Dauer einfach gar keine Rolle spielen. Aber ich möchte euch einfach nichts empfehlen oder eben sagen, was ihr später bereuen könntet, was eben der Unsinn ist. Denn selbst wenn ich es bestmöglich machen würde, je nach Raum, je nach Geschmack, kann halt so ein Lautsprecher, auch wenn ich völlig überzeugt bin, nicht eben der passende für euch sein. Aber selbst wenn, kann man die Dinge umtauschen. Deswegen, ja, ist leider wie es ist. Ich bin da ein bisschen wehämmert. Und deswegen möchte ich auch den Test ein bisschen anders ablaufen lassen. Das heißt, ich werde im Prinzip die ganzen Notizen, die ich eben, ja, ich würde mal sagen, überwiegend vor knapp einem halben Jahr schon gemacht habe, als ich die ersten zwei Wochen alles ausgetestet habe und eben jetzt auch in der längeren Zeit dann gemerkt habe, dass eben viele Dinge gar nicht so wichtig sind, auch im Prinzip nur meine Notizen runterrattern und den Test eher, ich würde mal sagen, semi-detailliert machen. Weil, ich glaube, das sollte ausreichen. Allerdings kann ich jetzt auch schon zum Fazit kommen für die, die eben sich den ganzen Test hier angucken werden, weil da wird so oder so auf jeden Fall trotzdem ein bisschen länger. Und zwar kann ich die Bucca A500 im Prinzip nahe zu jedem empfehlen, aber eben nicht uneingeschränkt. Gerade die, die vielleicht extrem Pegel haben wollen mit eben einer perfekten Balance. Und das ist eben auch der subjektive Part. Für mich ist die nicht ganz optimal nach meinem Geschmack in meinen Räumen. Allerdings sehe ich die Qualitäten ja eben klanglich wie auch eben featuretechnisch absolut. Und deswegen glaube ich, werden die meisten Leute hier auch eben für das Geld hier ein wirklich sehr, sehr nices Paket kommen. Auch wenn es jetzt vielleicht im Laufe des Videos nicht immer ganz sich so anhören wird, weil es eben nicht vielleicht emotional ist wie jeder andere, weil der halt irgendwie das gewisse Etwas bei mir nicht auslöst und ich eben auch nur die Notizen runterrattern. Deswegen gucke ich auch einfach immer nur den Teleprompter und lese das teilweise ein bisschen stur durch. Würde ich allerdings sagen, kommen wir jetzt erstmal kurz zum Preis, damit schon manche eben vielleicht aussortiert werden. Denn der ist nicht ganz ohne, denn sie kosten in der lackierten Version, gibt es ja auch in Weiß, wie eben auch in Schwarz für 3.500 Euro. 3.550 Euro mittlerweile für die Wahlnausweise, die momentan also zum Dreh des Videos gerade noch nicht erhältlich ist. Ist das allerdings auch ein bisschen weniger eben Aufpreis, als es vorher noch der Fall war. Allerdings, wenn ich schon von Aufpreis rede. Für 250 Euro Aufpreis bekommt ihr noch den Stereo Hub, den ich nur jedem ans Herz legen kann. Der kostet einzeln 700 Euro und nicht nur für 250 Euro, aber auch wenn ein bisschen teurer ist, ist das Ding absolut eben gerade ausgangstechnisch, auf das wir noch genauer näher eingehen und featuretechnisch im Prinzip ein absolutes Muss und ein absolutes Schnäppchen. Zum Design, wie schon gesagt, ich werde nicht viel zeigen, also ich zeige es euch mal einmal von vorne. Sie sind sehr klein, allerdings muss ich sagen, deutlich schwerer, als man vermuten würde aufgrund der Größe. Gibt es dann hinten auch noch eine weitere Membran, auch die Anschlüsse und so weiter. Also seht schon, da ist so eine Art Surround-Lösung irgendwie vorgesehen, wobei ich ja nur den Stereo hatte. Könnt ihr das Ganze allerdings auch eben analog anbinden, ohne Stereo Hub und so weiter. Also aufs Design möchte ich sonst nicht in eine Größe eigentlich näher eingehen. Die sind leicht schräg, wie auch schon die S400. Natürlich gibt es hier diese Abdeckungen, die magnetisch funktionieren, also no frills, aber wirklich sehr, sehr schön verarbeitet, keine Mängel, keine Garance, also wirklich top. Ob es jetzt die Lack-Version ist oder die Furnier, die ich ja bei den S400 hatte. Zur Aufstellung gibt es folgendes zu sagen, eigentlich super easy, denn ihr müsst sie im Prinzip nur leicht anwinkeln, im Raum halt halbwegs normal, würde ich mal sagen, positionieren. Und dann gibt es eben hier dieses Riesen-Feature, was die halt ausmacht. Das ist eben neben den ganzen DSP das Einmesssystem. Das heißt, ihr braucht ein iOS-Gerät und leider müsst ihr halt auch eins haben. Also in meinem Fall habe ich es mit dem iPad gemacht, was funktionieren sollte, denn Apple ist da so beständig genug, dass die eigentlich durchweg gleichwertig qualitative Mikrofone nutzen, was eben aufgrund dessen, dass Android alle anderen nutzen, eben nicht möglich ist. Habe ich dann eben mein iPad genommen, um das einzumessen. Und dann macht ihr im Prinzip einfach nur den Rauschtest, lauft den Raum ab, der gibt euch da eine Kurve, zeigt euch auch die Veränderung. Allerdings könnt ihr die auch nicht verändern. Also das könnte meiner Meinung nach dort noch ein bisschen flexibler sein. Das gibt es allerdings mit den Master-Tunings noch, aber wie gesagt, das ist so, wie es ist. Es ist super leicht, kann man nichts wieder falsch machen. Und selbst wenn ihr kein iOS-Gerät habt, ihr müsst euch nur von einmal das Handy leihen, dann macht ihr das einmal. Weil im Prinzip pro Raum müsst ihr das eigentlich nur einmal machen. Das war es dann auch schon. Wäre es allerdings auch vielleicht ganz cool gewesen, dass es meines Wissens nicht möglich ist, verschiedene Räume abzuspeichern. Aber die meisten tragen sowas ja nicht hinterher. Das ist nur bei mir im Testfall so gewesen. Wobei man auch bei dem Einmessen jetzt keine Wunder erwarten sollte. Also auch mit den Presets. Denn es wird nicht, wie ich anfangs sagen wollte, eben auch in meinen Notizen, ein komplett anderer Lautsprecher. Also es bleibt so eine Grundcharakteristik eigentlich bestehen. Wobei mir auch gerade aufgrund der ganzen vielen Master-Tunings so ein, ich sag mal, coherent Charakter hier fehlt. Also mit dem gewissen Atmos. Oder das ist einfach nicht ganz der passende für mich. Das ist allerdings eben, wie auch durchgehend noch durch im Video, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Das möchte ich nochmal erwähnt haben. Allerdings kommen wir jetzt mal kurz zum Hub selber. Denn guckt euch einfach mal die Plethora-Anschlüssen an. Es gibt einmal eben analog, dann drei optische, wo selbst viele teure Verstärkern nur ein, manchmal zwei bieten. Daneben AUX, COAX und noch HDMI plus USB. Und das Ganze ist dann auch noch Chromecast-Bild-In-fähig. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, das eben abzudaten. Wobei ich auch sagen muss, ich habe schon die neueste Version drauf und ich habe auch schon den Master-Tunings 2.0 genutzt. Wobei noch nicht alle in 2.0 erhältlich sind. Dann gibt es das Ganze auch noch eben inklusive Fernbedienung. Und das ist eine Funk-Fernbedienung. Das heißt, ihr müsst hier nicht irgendwie extra hinziehen. Das empfängt immer. Was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist teilweise das Layout und eben auch der Fakt, dass diese LEDs gerade im Dunkeln, wo ich halt meistens Musik höre, übertrieben hell sind. Auch die hier, aber das ist, also man könnte es überkleben zur Not. Aber was dann auch komisch ist, ihr habt dann hier zum Beispiel die Ausgänge, die man eben von rechts nach links tauscht, also wechselt. Wobei es ja eigentlich nach oben und unten geht. Allerdings eben im Dunkeln seht ihr nur die LED-Leuchten, seht allerdings die Beschriftung nicht. Also das ist nicht ganz so super gelöst. Was allerdings auch cool ist, ihr könnt die Musik damit bedienen. Also wenn ihr Chromecast habt. Es ist ja zwar nur rudimentär, aber das langt auch völlig. Also Lead-Forward-Zurück und so weiter und eben Play und Pause. Funktioniert es auch unter Windows. Wollt ihr jetzt bei mir letztens irgendwie nicht mehr, aber meistens funktioniert es. Und die Lautstärke bekommt ihr auch mittels der LEDs direkt schon angezeigt. Auch eine coole Sache. Beim PC-Ausgang allerdings Folgendes beachten. Der ist ab Werk bei 100 Prozent, weil die davon ausgehen, dass ihr das am Gerät selber switcht. Da ich das nicht machen wollte, gibt es glaube ich die Möglichkeit, die Mute-Taste glaube ich 8 bis 10 Sekunden zu drücken und dann wechselt es und dann ist das eben auch, wie gesagt, eben nicht mehr fixed. Sonst gibt es ja nicht wirklich was zu sagen. Außer, dass die Fernbedienung halt aus Metall ist und eben, ja unlogischerweise, ihr eben um die Akkus zu wechseln oder die Batterien, hier mit einem kleinen Imbus, der allerdings im Lieferfang dabei ist, das aufschrauben müsst, um die zu wechseln. Weil ich dachte mir am Anfang, wie soll ich die wechseln? Hab das gesehen, dachte mir aber, es kann ja unmöglich von mir verlangt werden, als ich das aufschraube. Aber aufgrund des Metalldesigns und so weiter. Ja, ist es so. Aber es ist auch kein Weng. Sie liegt gut in der Hand und wie schon gesagt, der Empfang ist top. Top. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich lese jetzt also, wie gesagt, einfach mal meine Notizen durch, was ein bisschen, ja, billiger ist, aber so ist es halt. Okay, also Hub, habe ich schon gesagt, klasse Ausgangsauswahl. Dann easy Nutzung, das Ganze funktioniert alles selbst erklären. Chromecast, Bild-in, denke ich mal, kennt jeder. Also damit könnt ihr auch problemlos eben auch Title Connect mittlerweile nutzen und so weiter. Was allerdings mir auch oft gefallen ist, dass, das ist allerdings mittlerweile so eine Chromecast-Selbstsache, also das merke ich bei meinem Nvidia Shield, wie auch eben bei meiner Chromecast, dass, also hier ist es allerdings der Fall, dass, wenn ihr den Ausgang wechselt, also ihr hört Chromecast, was eben hier der WiFi-Button ist und switcht dann eben auf, sagen wir mal, USB, dann bricht die Wiedergabe in eben Chromecast-Bild-in aus und ihr müsstet, wenn ihr zurück wollt, wieder die Verbindung neu erstellen. Das war so ein bisschen nervig, wie auch zum Beispiel die Tatsache, dass, wenn ihr die Musik eben mutet, beim nächsten Lied automatisch das Mute wieder aus der Gefecht gesetzt wurde. Also das sind so ein paar kleine Sachen, die ich nicht ganz verstehe. Die könnten allerdings mit Updates auch behoben werden, wie zum Beispiel auch die Sache, das, das wird allerdings noch behoben, dass, wenn ihr die Master-Tunings 2.0 gerade benutzt, ihr nach, glaube ich, es steht dran 5 Sekunden, aber mir kam es eher bevor, wie 3 Sekunden ohne Signal so ein Plopp-Geräusch kommt, so ein Plipp, das eben im Prinzip euch sagt, dass kein Signal anliegt und das Ganze eben stillgelegt ist. Finde ich eine sehr, sehr nervige Sache. Das haben die 1.0er Master-Tunings noch nicht und es wird, wie gesagt, abgeschaltet, weil sich genug Leute beschwert haben. Das ist allerdings eine coole Sache, das heißt, das wird aktiv eben auch auf die Community gehört, um solche Dinge zu ändern. Wenn ich allerdings schon sage, das Signal wird im Prinzip gemutet, muss ich noch erwähnen, dass es ein Grundrauschen gibt, das Anfangs für mich so aus knapp 3,5 Meter hörbar war, in einem komplett ruhigen Raum. Allerdings ist das eben auch die Sache. Das habe ich in den ersten 1-2 Wochen Testphase, wo ich eben auf alles ganz genau übertrieben, genau achte, eben gehört. Nachdem ich die Dinger 2, 3, 4, 5 Wochen hatte, habe ich das Ding gar nicht mehr gemerkt, gerade wenn eben nochmal weiter wegsetzt oder wenn irgendwas an Geräuschen im Raum eben vorhanden ist. Ansonsten, wie schon gesagt, die Fernbedienung, habe ich schon gesagt, das hat sie jetzt komisch angeht, ist vom Layout eigentlich cool, aber manches macht nicht ganz so viel Sinn und so weiter. Aber ja, das Ganze eingemessen, kommen wir jetzt eben schon zu den Presets, denn das muss ich erwähnen. Wobei ich da jetzt nicht zu sehr aufs Detail eingehen will, weil das Video sonst von der Länge komplett gesprengt werden würde. Und zwar gibt es Master Tunings 1.0 und auch die 2.0, wobei 2.0 gibt es eigentlich nur in einer Variante momentan, mit eben drei LLE-Stufen. LLE, ganz banal gesehen, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, ist es im Prinzip so eine Art eben Lautness-Effekt. Das heißt, der Bass wird angehoben, dass Musik bei leiseren Lautstufen nicht ganz so fade klingt. Und da gibt es eben die drei Master Tunings, wo ihr eben einmal LLE ausschalten könnt, was ich persönlich am meisten gemocht habe. Dann gibt es wenig LLE und viel LLE. Viel LLE heißt halt, der Bass wird eher geboostet. Ich fand es dann allerdings teilweise einfach vom Bass schon ein bisschen übertrieben. Also das ist persönlicher Geschmack. Und mir persönlich gefallen momentan noch die Master Tuning 1 besser, aber dort gibt es momentan noch deutlich mehr. Ich denke mal, die ganzen 1.0er werden auch noch geabredet auf 2er. Und da gibt es sehr, sehr viele Anpassungsmöglichkeiten, was das Ding halt auch gerade raumaufstellungstechnisch flexibel macht. Denn es gibt zum Beispiel einmal ein Setting, wo sie eben ein bisschen mehr Bass haben, ein bisschen mehr Höhen, wobei, ich glaube, es waren eher die Höhen. Dann gibt es ein Setting, das eben für eine wandnahe Aufstellung besser gedacht ist. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, aus einem 2,5-Wege-Lautsprecher hier einen 3-Wege-Lautsprecher zu machen. Allerdings ist dann mir eben aufgefallen, drei Wege. Geht er dann eben anstatt auf 25 Hertz runter bis auf 20 und glaubt mir, die Dinger, die Herzangaben sind real, die Dinger gehen für mich persönlich schon übertrieben tief. Dann ist mir allerdings aufgefallen, verliert er halt den maximalen Pegel, bevor er dann eben die Membran anschlägt. Und das ist mir auch teilweise bei sehr, sehr Lautstärken bei Filmen auch passiert. Und dann habe ich mir eigentlich gewünscht, es sollte doch so eine Möglichkeit geben, noch ein bisschen, weil es eigentlich meiner Meinung nach schon zu tief geht, da ein bisschen an Frequenz hochzuschrauben, um komplett safe zu sein. Aber das gibt es auch. mit der Zeit, denn es gibt auch eine Möglichkeit, das Ganze schon bei 40 Hertz eben beenden zu lassen, was meiner Meinung nach völlig ausreicht. Hat mir bei Musik oder so auch bei Filmen nie gefehlt und dann könnt ihr den Pegel auch hochheizen, wie ihr wollt. Wobei ich bei der Lautstärke folgendes erwähnen muss. Die sind extrem raumfüllend, wobei sie den Raum nicht ganz so, ich sag mal, dicht füllen, wie manch andere Lautsprecher. Natürlich kommt es auch immer auf den Raum an, wie jetzt der stark reflektiert und so weiter. Aber dann gibt es eben auch zum Beispiel noch ein Studio-Master-Tuning, das eben eh auf so einen Studio-Sound abgeht, mir sind sie persönlich von den Mitten ein bisschen zu dezent ab Werk und dieses Mitten-Tuning dann allerdings fand ich ein bisschen zu extrem dann wiederum. Also da fehlt mir so ein kleines bisschen Balance und das ist eben auch bei mir so leichtes Problem, wieso ich eben nicht mega begeistert bin von den Dingern. Denn keins der Tunings hat mich vollends überzeugt nach meinem Geschmack. Natürlich subjektiv und deswegen hätte ich da gerne auch noch ein bisschen mehr Flexibilität gehabt, aus eigener Hand das entscheiden zu können. Denn zum Beispiel gerade die DSP-Kurve, wäre es halt super, wenn ich sage, ich hätte da gerne ein bisschen mehr von dem und ein bisschen mehr von dem. Anstatt eben die Presence also, wobei ich auch bei den Presence Folgendes erwähnen muss. Ihr müsst einen FAT32 formatierten USB-Stick nehmen und dort eben diese eine Datei aufspielen. Jeweils, wenn die Geräte ausgesteckt sind, also die Lautsprecher das hinten in den USB einschalten, dann wird es übertragen. Dauert knapp eine Sekunde. Allerdings ist das meiner Meinung nach eher so eine Beta-wirkende Lösung. Ich würde das Ganze, weil es eben auch per Funk vielleicht funktionieren können, direkt einspielen oder mehrere abspeichern und dann zwischen denen wechseln. Deswegen, das ist wahrscheinlich die erste Reinkarnation oder Inkarnation. Das wird in der Zukunft mal durch. Am besten mit mehreren USB-Sticks, damit ihr nicht da einen immer hin und her kopieren müsst. Und dann entscheidet ihr euch einfach und dann werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht wechseln. Aber es wäre ganz cool gewesen, zum Beispiel, wenn ihr wisst, ich höre jetzt nicht so laut, allerdings vielleicht einen Film, dann nehme ich ein Setting mit einem tieferen Bass. Dann allerdings sage ich mal, ich will sehr, sehr laut hören, brauche den Tiefgang allerdings nicht nehmen, wäre ganz cool gewesen, aber ist halt leider nicht so. Aber wenn wir schon von der Lautstärke reden, das wäre der nächste Punkt. Sie funktionieren leise eigentlich sehr gut, aber auf gerade der Mittenpräsenz mit dem Standardniveau muss ich halt sagen, haben sie mich eher erst begeistern können bei moderaten und höheren Pegeln, weil es dann von der Balance besser passt hat. Aber wie schon gesagt, deswegen gibt es ja auch diese ja teilweise Lautness-Funktion, die ich ja glaube in anderen Tunings auch noch drin ist, um das ein bisschen aufzuprobieren. Ich persönlich bin halt kein so ein Riesenfan von Lautness, weil es für mich so eine Unnatürlichkeit mitbringt. Weiß ich allerdings eben aufgrund eben anderer Tests schon, dass manche das eben absolut haben wollen. Also ja, Geschmackssache. So, auftreten. Viel, viel riesiger als erwartet. Also ich wusste anhand der S400 schon, die ich hatte, die im Prinzip gleich groß waren, allerdings ohne die Membran hinten, dass die Dinger laut können und voluminös und so weiter. Aber die haben mich irgendwie noch mehr beeindruckt, wahrscheinlich auch gerade wegen dem tieferen Bass, weil der halt nicht nur mit 20 Hertz, aber mit 25 Hertz schon fast in meinem kleinen Raum übertrieben wirkte. Also das ist schon beeindruckend. Also ich kenne sogar einige oder besser gesagt, ich hatte schon viele Standlautsprecher, auch für Standlautsprecher große, die bei weitem nicht das an Raumklang oder Fülle und so weiter hergebracht haben. Also man merkt halt schon, dass DSPs wahrscheinlich schon das Ding der Zukunft sind und hier steigt er da halt schon echt mit ein. Bei der Bühne, die ist schön weit, tief, voluminös, allerdings auch ein bisschen weiter weg. Ich persönlich habe es gerne ein bisschen näher, was man eben nur erreicht, wenn man ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf eine Art lauter hört oder eben das Stereo-Drag ein bisschen verkleinert. Nächster Punkt wäre Dialogbühne, so nicht nächstes zumindest und das ist im Prinzip die Power, die Macht, die eben der Gesang in erster Linie hervorbringt und der ist für mich und das ist wahrscheinlich so mein Hauptkritikpunkt oder der Punkt, der mich am wenigsten irgendwie begeistern kann, dass das leicht schwachbröstig und schmaler und auch ein bisschen weit weg wirkt, so als ob es teilweise hinter den Lautsprechern ist und das passt nicht ganz so ins Klanggeschehen ein und wie schon gesagt, da gibt es extra dieses Preset, wo das ja ein bisschen näher bringt, aber dann fand ich es eben zu herausgestellt, zu distanziert und dann hatte ich so zwischen dem Bass und den Mitten und wiederum von Mitten und Höhen so ein kleines Loch, das entstanden ist, wie gesagt, ein bisschen Freituning oder persönlicher Geschmack, Raum und so weiter kann das auch schon wieder einen Unterschied ausmachen, also da will ich auch nicht zu lange drauf ranhaken, das ist so für mich der eine Punkt gewesen, dass egal, wie ich es eben probiert habe, alle Settings durch, Raum auf verschiedene Räume und so weiter, das war so dieser kleine, dieser kleine Blemish. Das wird aber den meisten wahrscheinlich sowieso nicht auffallen, gerade weil ich auch einer bin, der eben Mitten betont da haben will, ohne dass sie zu stark rausstechen, ohne eben so ein Loch entsteht und mit zunehmender Lautstärke, was eben mit dem Lautniseffekt ja schon früher passiert, passt es dann auch schon wieder ihr. Signatur, ich würde sagen, warmer Bass jetzt nicht zu übertrieben, also dezent warm, betonter als gedacht, also gerade in meinem kleinen Raum, das werde ich wahrscheinlich im Laufe des Videos noch öfter erwähnen, war es dort mir schon ein bisschen zu penetrant mit Basslastiger Musik, weil ich auch eine Raummode hatte, die eben der DSP nicht ausgleichbar, weil der sich eher auf die Mitten konzentriert und auf die Höhen, als eben das verhindern zu können und da fand ich ihn teilweise schon ein bisschen penetrant. In meinem größeren Raum, da war das Problem allerdings weg, der ist deutlich neutraler, auch ein bisschen hallender gepasst. Das Problem mit den Mitten oder Problem kann man das nicht wirklich nennen, hatte ich dort allerdings auch, die wirken halt für mich so ganz kleines bisschen verhalten, allerdings, ja, habe ich ja schon gesagt, ist das Persönliche und eben trotzdem alles sehr, sehr gefällig. Beim Bass, um das kurz zu halten, kann nicht nur von einem Regalaussprecher überraschend tief, also sehr voluminös, kräftig, schnell, präzise, knackig, inklusive sogar Wumms und auch Nachschwingen, also wie schon gesagt, das Ganze ist nicht ganz so dicht, aber die Tiefe und so weiter und die Präzision und so weiter, echt, also qualitativ auf einem super hohen Niveau und wie schon gesagt, im kleinen Raum ein bisschen überpräsent, im normalen Raum dann wiederum passt es und ja, qualitativ, ja, mitten, leicht herausgestellt, aber eben wie schon gesagt, schmal, gefühlt leicht weit weg hinter dem Lautsprecher, also nicht direkt dünn, aber es könnte meiner Meinung nach eben ein bisschen breiter, größer wirken, weil das ist halt so eine kleinere Pumpstandquelle, wo Vocals halt herkommen, was ein bisschen komisch ist, könnt ihr vielleicht mit der Aufstellung noch ein bisschen korrigieren, wollt halt bei mir nicht ganz so klappen und das könnte halt ein bisschen voluminöser auftreten, aber sie werden zumindest im kleinen Raum wieder eher ein bisschen vom Bass überschattet, im Größeren auch noch ein bisschen, aber dafür sind sie absolut klar, sauber, auch sehr, sehr natürlich, halt nicht ganz die erste Wahl für Leute eben mit eben eher herausgestellten Vocals eben diese bevorzugen. Bei den Höhen, top, angenehm, seidig, also nie schrill oder sonstiges, nie langweilig, wirken nie verhalten, es geht nichts verloren, sie sind luftig, brillant, sie sind frisch, eine sehr gute Detailausbeute, ohne jemals anstrengend zu werden, absolut tadellos, also in allen Aspekten und das eben mit höheren Pegeln wird meiner Meinung nach noch eher zur Geltung gebracht und dann gleicht es auch das mit dem Bass aus, wirklich nice. Bei einem Genres kann eigentlich alles absolut klasse, also es ist ein sehr guter Allrounder, eventuell halt nicht ganz auf dem Pegel gesehen, wenn ihr halt eben auch noch tief gehen haben wollt, müsste ich halt noch eines erwähnen, mir ist einfach gestern nochmal, als ich nochmal die neuen Tunings und so weiter ausführlich getestet habe und ein paar andere Dinge, aufgefallen, dass er für jemanden, der wie mich eben sehr, sehr viel Metal und Rocker da irgendwie so irgendwas hat vermissen lassen, da wirkte er mir ein bisschen zu analytisch, nicht ganz so emotional, kann verschiedene Gründe haben, aber gerade bei Popmusik, aber dann wiederum auch bei Klassik und so weiter, auch bei Basslastikmusik, da könnt ihr voll überzeugen, aber gerade Metal, der eben sowieso qualitativ nicht so gut ist, ist es schwer, wirklich eben, gerade für mich eben, das passende abzuliefern, das heißt nicht, dass er da untauglich war, aber da haben halt andere mir einfach besser gefallen, besser gefallen, ihr wisst schon, subjektiv, muss ich nicht erwähnen. Equalizer, wie schon gesagt, es gibt so viele Presets, deswegen ergibt sich das fast, probiert einfach ein bisschen rum, aber ein Sub würde ich sagen, gerade bei Musik, absolut nicht nötig, was ihr vielleicht machen könnt, wenn ihr das Ganze analog betreibt, weil ich wüsste jetzt direkt nicht, ob man so jetzt einen Subwoofer antreiben kann und ihr eben Filme lauter hören wollt und eben einen Tiefgang haben wollt, könnt ihr die halt ein bisschen entlasten, indem ihr einen Subwoofer dazustellt und dann vielleicht eben die 40 Hertz Frequenz nehmt, aber meiner Meinung nach, also gerade mit dem 40 Hertz Setting könnt ihr so laut hören, da hatte ich nie Probleme, mit dem 3-Wege-Betrieb, wie schon gesagt, da würde ich ihn für Filme nicht nutzen, das schlägt einfach auch bei hohem Pegel, bei Musik an, 25 Hertz, in den meisten der Regeln kriegt ihr dann, also Lautstärke, Pegel hin, wo es nicht zu besorgen, was es gibt, also ich höre selten so laut, also ich habe es wirklich beim Testen halt zum Anschlagen gebracht, aber in normalen Situationen höre ich persönlich nicht so laut, also es geht weit über normale Zimmerlautstärke hinaus, bis das der Fall wäre, also da müsst ihr jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass die permanent anhauen, das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen übertrieben an. So, weiter geht es mit Filmen und Musik, Dialoge klingen super natürlich und klar wie schon gesagt auch ein bisschen weiter dünner weg und so weiter und man hört halt bewusst, also ich persönlich ein bisschen lauter, da haben sie einen guten Job gemacht, das auf jeden Fall. Preis-Leistung, also man bekommt nicht viel Lautsprecher, also von der Größe her, aber sehr, sehr viel Klang, coole Features und so weiter, sehr, sehr intuitive Bedienung und so weiter und ich würde sagen, ich komme jetzt mal nach fast 20 Minuten endlich mal zu den Vor- und Nachteilen und da fange ich mit den Vorteilen an. Kompakte Größe, sehr gute Verarbeitung, der Hub ist klasse, also 250 Euro im Prinzip einfach mit einberechnen. Wer das nicht mitkauft, also selbst erwähnt, einfach für 250 Euro verkauft, also kaufen dazu und wenn man es nicht brauchen würde, aus welchem Grund auch immer man es nicht nutzen wollen würde, einfach verkaufen. Wobei es ist halt auch so, man spart natürlich das Kabel für die Lautsprecher, aber man braucht natürlich hier ein Stromkabel. Also man hat nicht wirklich ein Kabel gespart, man ist halt eventuell steckdosentechnisch flexibler, was bei mir nicht der Fall war und deswegen müsste ich auch erwähnen, die Lautsprecher, also die, sag ich mal, Stromanschlüsse, die Kabel sind knapp 1,80 Meter lang, was für mich aufgrund meiner dummen Steckdosenaufteilung im Zimmer, eigentlich ungünstig war, das brauchte ich eine Steckdosenverlängerung. Also die hätte ich gerne vielleicht so zweieinhalb Meter gerne gesehen, aber zur Not kann man die ja nachkaufen oder einfach billiger eine Steckdose nachkaufen, aber wie schon gesagt, weitermachen. Jetzt bin ich im Prinzip leicht aufzustellen, flexibel, dank dem Einmessen und den ganzen Master Tunings könnt ihr da eigentlich relativ leicht für euch das passende finden. Wie schon gesagt, ich habe es nicht ganz, aber ein bisschen überpenibel bin ich da gerne. Dann kann dank Presets nicht direkt wie ein anderer Lautsprecher klingen, aber ihr habt da relativ viel Luft, es euch im Rahmen dessen Wasser ist halt eben anzupassen. Dann gibt es, und das ist auf jeden Fall herauszuheben, einen riesigen Top-Qualität im Klang, aber eben auch in erster Linie einen bärenstarken, sehr vollen Bass, eine super Kleid und ich würde definitiv noch sagen, fairen Preis für das Gesamtpaket. Beinahe ja, Fernbedienung so ein bisschen suboptimal, aber so viel nutzt es ja nicht und sie ist schön minimalistisch gehalten, also da gibt es nicht unnötig viele Bedienungen, wie jetzt zum Beispiel bei meinem Verstärker, wo es so viele Tasten gibt, die gar nichts machen, weil er auf Geräte ausgelegt ist, die es noch nicht mal gibt. Ansonsten, die Abstimmung könnte mittentechnisch für mich ein bisschen ausgeglichener sein, ansonsten klingen sie besser, je lauter sie spielen, bis halt ans Anschlaglimit, wenn ihr das irgendwie erreichen solltet, je nach Setting und so weiter. Die Presets könnten meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Spielraum bieten, variabler sein, also dass man mehrere drauf spielt, dass man sie leichter aufspielt, dass man da vielleicht noch selber ein bisschen da flexibler da was anpassen kann, wenn man einfach sagt, ich hätte gerne ein bisschen mehr Bass, ich hätte gerne ein bisschen mehr Höhen, ist halt nicht der Fall. Eine Sache, die muss ich auf jeden Fall noch erwähnen, die Lautstärkeregelung ist recht grob, also stellt euch das vor, als ob ihr zum Beispiel ein Android-Gerät nutzt. Ihr habt ja diese 30 Stufen und ich weiß nicht genau, ich habe es nicht gezählt, wie viele das hier sind, aber es gab relativ oft in einigen Situationen eben, dass es mir zu leise war und eins lauter dann schon zu laut war. Ich konnte es am PC ausgleichen, weil ich dort die Lautstärke noch nachvariieren konnte, aber an bestimmten Geräten fand ich das, also ich hätte gerne noch mindestens mal das Doppelte, also dass ich jeweils noch eine Zwischentufe dazu habe, aber ja. Metal, wie schon gesagt, nicht ganz so seine Stärke, dann, mir fehlt persönlich so ein ganz kleines bisschen mehr eigener Charakter, denn ich finde es halt irgendwie, vielleicht ist es aber auch für mich einfach nur so eine Kopfsache, wenn ein Lautsprecher sich nicht auf ein Setting einpegeln kann, also einstellen lässt und so viele verschiedene Möglichkeiten bietet, dann weiß ich nicht, wollen die einem einfach die Flexibilität bieten, was ich eher denke, oder können sie nicht so optimal tun, dass sie nicht wüssten, was sie sich für eins entscheiden. Ich denke mal, das ist eher nicht der Fall, weil zum Beispiel die S400, die hatten eine Abstimmung und die war ja auch sehr, sehr gut. Deswegen, die wollen einem hier halt die Luft bieten. Das Blöde ist halt nur, in meinem Falle habe ich es halt nicht ganz hinbekommen, trotz der ganzen Einsteigungsmöglichkeit. Ja, ja, ja. Machen wir mal weiter. Presets und so weiter hatte ich, wie ich schon gesagt, ein bisschen leichter einstellen, also Wechselbau und so weiter, weil über FAT32, USB-Stick und so weiter ist jetzt nicht so genial. Dann, es gibt keine App, das wäre halt wirklich genial gewesen. Könntet ihr da ähnlich wie jetzt bei Nuba das Ganze auch per App ein bisschen noch abtunen. Also ganz banal auch Bass und Höhen und so weiter regulieren. Ja, egal. Dann, leicht schmal entfernte Vocals, könnten früher meiner Meinung nach eben kräftiger, fleischiger sein. Bei Nachteile allerdings muss ich sagen, einfach um das nochmal klarzustellen, nichts Gravierendes. Alles, was jetzt bei mir nicht so begeistert klang, war Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und deswegen auch nochmal mein Fazit, wobei ich es ja schon vorab gesagt habe, wer einen riesigen Klang aus kleinen Lautsprechern will, ohne sich über die Elektronik Gedanken machen zu müssen, dabei eben Kabel sparen will, wobei ich es ja schon gesagt habe, einer entspart ja nichts, dann eben noch Chromecast Build-In haben will, was ich finde, auf dem Niveau ja bei eigenen Geräten nochmal locker 3, 4, 500 Euro kostet. Dann klanglich recht flexibel, super Bass stark, natürlich glasklar, ein klasse Lautsprecher, klangliches Potenzial, würde ich sagen, absoluter Superklasse und hätten sie eben von mir aus noch mehr Hype bekommen können, hätte dieses kleine Quäntchen an Charakter und eben für mich nochmal der idealere Mittenbereich gepasst. Wenn allerdings die Balance von Bass und Vocals so für mich eben passender gewesen wäre, dann muss ich sagen, ist das Ding absolut eine Minibombe mit eben Potenzial in Sachen Flexibilität, Bedienung und ich muss halt auch sagen, ich finde es echt hoch anzurechnen, dass zum Beispiel das Ganze noch weiterentwickelt wird aktiv, denn die haben ja nicht so viele Produkte und gerade die Master Tunings 2.0, die sind erst gerade letzten Monat rausgekommen und das Gerät ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt, das heißt, man nimmt hier immer noch Fine Tuning vor und es könnte eben und das ist, auf eine Art das Coole, ja noch ein Master Tuning kommen, das dann für mich das passende wäre. Das Ganze ist halt blöd, es ist halt kein einfach nur Hinstellen und Benutzen Produkt. Man muss sich da schon ein bisschen selber mit, also auseinandersetzen, gucken und so weiter, aber das hat teilweise ja auch seinen Charme. Ist nicht für jeden, aber es ist wirklich. Alternativen, ich beschränke mich jetzt nur auf die Aktiven, die ich getestet habe und es waren jetzt halt nicht so viele. Das wären einmal die Nubat Nubro X 6000 und 8000, die liegen preislich, wenn ich mich jetzt nicht irre, einmal eben drunter und einmal über den hier. Stand laut spreche, Aufstellung natürlich ganz anders, habt ihr dort die flexibere Software, allerdings eben das Ganze halt, würde ich mal sagen, rudimentär ausgeteilt. Also ein Messsystem gibt es mittlerweile auch dort mit der RC-Serie, also ja, kann ich jetzt nicht sagen, welche ich besser finde direkt. Rein klangqualitativ in einigen Aspekten den hier, aber ist auch schon eine Weile her. Direkter Vergleich wird es mir definitiv einfacher machen. Den hatte ich allerdings mit dem Piega, wobei ich habe die 701er, die passiven, kann ich die 701er Wireless nicht unbedingt empfehlen, weil mir da das Grundrauschen, das hier auch hörbar ist, aber dort noch einiges lauter war und nerviger war. Hier ist es nicht der Fall und deswegen rate ich, wenn ihr alternativ vielleicht noch welche angucken wollt, zu den 501er Wireless. Die haben nicht das Bassniveau von denen hier, allerdings eben das, was ich eben gerne hätte, diesen leicht runderen, angenehmeren, smootheren, für mich eben von der Absignatur eben passenderen Flair. Deswegen guckt euch die einfach mal an, aber die, wie schon gesagt, ich kann sie problemlos nur eben nicht 100% uneingeschränkt empfehlen, aber bei wie viel Lautsprecher kann man das schon machen, weil es gibt so viele auf dem Markt, es gibt so viele, viele Geschmäcker und so wie sie trotz Einmessung in meinen zwei Rollen klingen, wo es sich auch schon stark unterschieden hat, wird es bei euch mit Sicherheit auch schon der Fall sein. Andere muss, ja, muss ich euch nicht erzählen. Ich habe, ich glaube, lange genug vorher getextet. Würde ich die Sache jetzt beenden. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und lachen muss ich halt, weil ich mir gerade wieder bewusst bin, dass ich 27 Minuten lang labere. Meine Hand hier nerve ich halt irgendwie. Ja, Präsentationstechnik ist nicht mein Ding. Hoffe ich allerdings, dass ich euch trotzdem mal einen guten Einblick auf den Lautsprecher gegeben habe, ohne euch vielleicht Tode zu langweilen. Vielleicht habt ihr nicht alle Details an Infos bekommen und so weiter, die ich gerne hätte, aber wie schon gesagt, das ist für mich gerade so, ja, meine Hemmschwelle und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich noch allzu viele Lautsprecher testen will, weil ich teste verdammt gerne, aber irgendwie scheue ich mich extrem, weil ich sie auch nicht überpositiv dastehen lassen will, teilweise die Lautsprecher. Aber ich will sie halt auch nicht zu kritisch bewerten. Das ist, ja, die Balance zu halten ist, wie ich bei Lautsprechern selber halt leider nicht ganz so leicht. Ja, ciao.